hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video und heute ist dabei Marcel hallo und wir sind jetzt schon in der runde eingestiegen dann haben wir gedacht machen wir noch machen wir ein video und jetzt haben wir ein video gestartet und wir hatten vor Automatenchelle schauen das haben wir jetzt dann verworfen und viel spaß mit mir da sind Gegner da sind Gegner schießen schau mal her was ich mache warte schau mal ich fahr komm schnell komm schnell 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 ich fahr ich fahr schnell sind kommen die ach du scheiße fahr in die falsche Richtung jetzt lässt man das kamen oh mein Gott oh mein Gott jetzt haben wir einen unfall gebaut eingepackt nein nicht hier oder fahr weg fahr weg fahr weg irgendwo wir sind die Zunge mehr lass uns hier eine Base bauen keine Base komm her hier oben da ist wer was dann drehen ist wer dann drehen ist wer hilf mir komm rein komm her bei dir bei dir ok lass mich ihn gehen hallo hier ist kein Team hüllen einig einig scheiße einig schnell nicht lupen bitte schnell leise doch wie lau stelle einig bitte ja ich halte ich werde hoop all mehr mir fällt die anderen schnell krass Ja, komm. Und das Medikit. Und ich brauche ein bisschen... Darf ich bitte Medikit? Ich habe nur 13 HP. Du hast dann 30. Okay. Ich nehme die... Hast du aber ein bisschen Muni für etwas? Munition? Ja, für irgendwas. Für irgendwas? Was brauchst du für irgendwas? Ähm, für Sniper? Warte, mach mal Platz. Gib mal weg. Die Sniper und Shotgun. Warte, ich nehme die Medikit. Shotgun kann ich dir genug geben. Danke. Hast du noch mehr? Ja. 18, 17. Ich habe 27, dann gebe ich dir noch ein Stück. Jetzt habe ich 18. Wie viel hast du? 18. Kannst du mir noch ein bisschen geben? Was hast du? Ähm, gut. Hast du noch ein paar leichte Muni? Leichte Muni habe ich auch genug. Sagen. Und Sniper-Muni? Habe ich 75. Da kriegst du 22. Und, ähm, ähm, Sturmgewehr-Muni? Sturmgewehr-Muni brauchst du auch. Dann bitte sehr. Wie viel hast du? 100, 175. Okay. Also da vorne habe ich mir schon eine schöne Bess gebaut. Du hast ja schon eine Bess gebaut. Ich habe zwei Fallen. Hä, aber die wollten da einfach campen und wir haben die dann getötet. Das war so krass. Genau, könnten darf man nicht und doch. Ich baue mir nie eine Bess. Warte. Falls dieser reinkommt, warte ich noch. Ähm. Hey. Tschüss. Hey. 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 Siehst du einen hier? Ja, der tut noch. Wo? Scheiße. Ah, da. Da, da, da. Ah, die sehen uns. Du hast nicht so lang. Ja, ich habe ihn nicht gestreckt. Gut. Ja, ich habe ihn. Ja, das ist jetzt endlich. Wo? Ah, da. Fahne. Ja, aber ich konnte nichts mit 13 HP. Alter. Noch mal eine Runde mit YouTube. Ja. Puh. Puh. Das war krass. Ach ja, bitte abonniert. Das war krass. Ich habe das bitte, was er gesagt hat. Und wenn wir die 200 Abos schaffen, dann kommt ein geiles Video. Das geilste auf der Welt. Das geilste auf der Welt. Genau. Wenn wir 50 schaffen oder 30, dann machen wir das wirklich coolste. Und wenn wir die 200 Likes machen, dann machen wir die 200 Likes. Ja, bitte ganz viele Likes machen. Ja, bitte ganz viele Likes machen. Bei jedem Video bitte ein Like. Das wir so viele schaffen, wie möglich. Genau. So. Wie gehen sollte, da das sehe ich immer. Guck mal her. Ich zeig dir was, wie es backt. Oder? Und erzählst jedem weiter das Video. Und sag denen, dass sie das aufladen sollen. Und Glocke tief halten, wenn ihr mehr Videos von uns beiden sehen wollt. Welches Haus? Welches Haus geben wir? Ich weiß nicht. Ich glaube, da geht keiner hin. Doch, da ist einer. 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 Baumhaus. Ich bin kein Baumhaus. Ich hab ne Heavy Shotgun. Was? Das wird ne geile Runde. Das wird ne geile Runde. Darf ich Heavy Shotgun? Nee, ich brauch sie selber. Dann kannst du sie eh so halten. Ich hab ein Mini für dich. Ich hab schon Minis. Hände hoch, wenn niemand reinkommt. Ich hab einen Gegner gesehen. Ich hab einen. Ja, ich hab einen. Ich hab einen. Ich hab einen. Ja, ich hab einen. Nein. 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 Scheiße. Noch ne Runde. Noch ne. Noch ne. Wollen wir 50 gegen 50? Ja. Kannst du bald jetzt kennen, was ich hab? Mach du noch das Video? Ja, mach ich. Ich mag auch die Weste. Ich mag auch die Weste, Kevin. Das machen sie sich auch die Weste an, weil beim nächsten, ne? Bei den nächsten. Wie level kriegst du? Level 17. Wenn du 20 bist oder 21 kriegst du die Weste. Gut, wenn man, glaub ich, Level 30 ist, dann bekommst du, glaub ich, die Maske. Ja. 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 Möglicherweise können, ich war letztes Mal Level 73, weil ich glaub bei Level 60 bekommt man sogar das Letzte. Das coolste Letzte. Leute, ich dreh jetzt ein cooles Lied auf. Sag mir, wann wir abspringen. Okay? Ja. Wir drehen jetzt ein Gaming Lied auf. Und... Spring! Was? Spring! Kann nicht. Warte, ich spring nachher. Komm eh dann. Egal, ob ich einen Loot hab oder nicht. So. Dann gehen wir mal ganz rechts. Da ist es gleich irgendwo. Da. Das ist ein Gaming Lied. Ich bin in Ritle gegangen, weil es ist gut, dass wir bei Ritle die Zone ist, weil ich muss ein Kehl noch bei Ritle machen. Und das ist voll gut. Okay. Jetzt. Und jetzt geht, glaub ich, keiner Ritle außer ich und deiner. Dann kann ich auch auf das Atmosphäre. Okay. Dann kann ich da nie bleiben. Oder du kannst jetzt einiges Mal nennen. Okay. Dann kannst du dein Ding nachdenken. Und dann kannst du halt nur das Atmosphäre sein lassen. Dann kann ich das! Du kannst einiges Mal nennen. Ich habe gedacht, dass bei diesem Spiel jetzt keiner richtig harten Leid gibt. Aber haupte ich auch. Ja, Julio. Ja. Ja, Julio. Ja, Julio. Hey! Hey! Ich habe mich noch einmal auf den Schluck. Ich habe gerade zwei Minuten. Das schreißt du. Ich habe mich komplett ausgemacht. Ich habe mir auch gemerkt. So, jetzt kann ich erst nachkampfen. Ich habe mich komplett ausgemacht. Ich habe mich komplett ausgemacht. Ich habe mich gemerkt. Ich habe mich gemerkt. Ich war es der Füße. Das ist so cool. Was machst du denn? Geilste Lied ever! Die Pizza sind das geilste Gaming Lied ever, das ich die ganze Zeit lang vorhabe. Ja, das ist geil. Dieses Lied ist das geilste. Ich glaube, ich kann es da einstellen, dass es immer bleibt. Ne, das ist voll geil. Ja, das ist voll geilste. Ja, das ist voll geilste. Ja, das ist voll geilste. Bei mir kämpft auch schon welche. Ich habe zwei Big Shields in einem Med-Kit. Ich bin schon mal 210 Euro. Falls ich nicht zu viel habe. Einmal 4-Hall. Er macht den Hummer in dem bis zum Sagen. Ich bin schon ein Modell. Ich bin schon ein Modell. Entfernden wir jetzt den have. Das ist ein Modell. Das ist sehr gut. Ich bin schon mal kurz auf der scène. Ich bin schon mal der Bahn. Ich kann man das mal wiederholen. Das ist eine Frage. Schade. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hey, geile Backe. Hier gab es einen geilen Loot. Der den Latt ist, der ist schak-schak und medkin. Es geht weiter. Das ist ein krasser Loot. Das ist hier. Jetzt liegt die Kale auf dem Platz. Auf dem Platz. Auf dem Platz. Auf dem Platz. Komm her, irony. Ich bin hier. Nicht wahr! Ich bin mal da. Ich bin ein... Ich bin ein guter Ort. Ich bin ein guter Ort. Ach, das ist der Ort. Ich bin ein guter Ort. Ich bin ein guter Ort. Das ist gut. Tillich, Mann! Du musst dich gut weiter machen! There comes the T-shirt! WEIGHT NENTITY?! You qué hora ist?! Ja, frack dich! Ich hab keine... Achso, stimmt. Warte nur, wo sie schon gut sind. Weiß ich mal, wo sie sind. Oh, gut. Warte! 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 Das war's. Oh, was ist das? Oh, scheiße, das war schon. Die macht noch mal von neu die Gaming, die ist voll cool. Alter, was ist hier für Rafa Zamba? Ja, was ist hier für Rafa Zamba? Wow. Was sind Gegner? Wie ich da das ziehe, Alter. 13. So viel, dass es genügt. So viel, was ist hier, Alter. 6 5 5 kills Alter, was für eine Runde. Komm, lass noch eine Runde machen. Oder lass das Video jetzt schneiden. Warte. Schneid das Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, Abo, Glocke aktivieren und bis zum nächsten Video.